Okay, und ein ganz herzliches Dank an die Alte Kirche Niederleimer, dass wir hier heute das Abschlusskonzern machen durften. Ein herzliches Dank an alle, die heute hier gekommen sind. Wir haben total gefreut nach vier Jahren Corona-Pause. Und dass ihr da seid, dass hier volle Hütte ist. Wir hatten mega Spaß. Und wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen. Wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen. Und wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen. Und wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen. Dann werden wir uns wiedersehen. Und wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen. Dann wird ein Wunder geschehen. Und wenn das Schicksal erzählt, dann wird ein Wunder geschehen.